Ich will heute noch ein kurzes Video drehen, weil ich euch nämlich einen unheimlich geilen Lippenstift zeigen will. Gott, ich bin so in love damit. Es ist nämlich der Lipstick von Rituals. Bei Rituals hat er jetzt nämlich ganz neue Kosmetik rausbekommen. Heißt, die Lippenstifte sind zum Beispiel geschmeidiger oder das Make-up ist viel leichter zum Auftragen und auch dadurch geschmeidiger. Die Lidschatten sind viel krümmelfester, also es ist richtig, richtig fein. Und ich habe mich in diese Farbe verliebt, die ist so geil, vor allem sein Name Hazel Red. Also wer kann sich denn bitte so einen geilen Namen ausdenken? Ich meine, es gibt ja zum Beispiel auch von MAC, gibt es ja auch die Diva, also den Namen finde ich auch so geil look. Also ich trage die Diva, finde ich richtig cool. Aber ich habe mich in Hazel Red verliebt und er ist so gorgeous, oh Gott. Vor allem schaut mal wie edel, also erstmal in so einem Rosé-Glimmeraufzug. Und dann kommt er da so geil rausgefahren. Ist die Diva. Kommt er da so geil rausgefahren. Entschuldigung. Sieht da einfach super cool aus. Also ein richtiges fancy Tag. Sicherlich habe ich den jetzt mal aufgetragen, weil ich will euch ja nicht nur die Verpackung von einem guten Teil zeigen. Ich möchte euch ja zeigen, wie der ausschaut. Und mir gefällt der super gut. Zudem, kurze Produkt-Review. Der pigmentiert total gut. Ich tupfe den immer, um den noch besser zu pigmentieren. Und was sehr cool ist, der läuft spitz zusammen. Heißt, ich kann richtig gut meine Lippen damit ausfüllen. Immer schön der Linie nach. Und der ist sehr spitz zugedauft. Heißt, ich kann total gut meine Lippen nachmalen und dann einfach schön ausfüllen. Also ich bin echt beeindruckt von dem. Der ist cool, schick. Und ich finde vor allem auch, für 20,50 Euro ist das voll der gute Kauf. Man zieht ihn dann so abends aus seiner Tasche, um ihn so nachzuziehen. Dann fragt sich bestimmt jeder so, ist das zielend interessant. Ist das glänzt so rosa? Und was ist das denn? This is my new hazel red, guys. Jupp. Ich kann euch das nur ans Herz legen. Schaut mal in Ritual Store rein. Und guckt mal, welche Farbe euch gefällt. Es gibt so coole weitere Farben. Da gibt es definitiv einen Korall. Das steht auf meiner Liste. Ich will unbedingt dieses Korall haben. Und einen Pink gibt es auch noch. Von daher, ich glaube, Hazel, Red und ich, wir werden sehr gute Freunde werden. Ciao, ciao! Ciao! Bis zum nächsten Mal.